Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite, Gameplays, hier der Bachi, neue Skin hier am Start. Schauen wir doch einfach mal rein, habe ich hier wieder auf der Map gefunden. Erstmal vielen, vielen Dank an Master Mic, hat mir auch einen tollen Tipp gegeben, wie das für mich einfacher geht in Zukunft. Mega cool. So, schauen wir doch gleich mal rein. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben, ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, so, lassen wir es so einfach mal laufen. Hier die Picke vom Pink Flamingo, oder vom Flamingo König. Die World Cup Plackierung hier gerade. Auch cool. Lass uns mal laufen, so sieht es dann aus mit der World Cup Plackierung. Geil. Das ist halt schon sehr auffällig, ne? Guter Hit. Aber bei uns jetzt mit dem Team gewesen. Oh, die zwei Schlangen, als Gleiter. Okay. Das ist halt schon sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja wenn es euch gefallen hat lasst mal bitte einen Daumen da rum, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut jetzt nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt Folgen Arbeit Lady Shop News mit mir im Bereich schaut rein macht es gut bis dann tschüss Und dann geht es euch auf den Kanal und geht es auf den Kanal und geht es auf den Kanal.